Und Stich! Aha! Aha! Der Jekyll bin ich. Jetzt kann ich töten. Na dann, wo sind mögliche Tasks? Hier unten bei O2. Hier kann ich welche Felgen. Ok. Hier drüben bei Webins habe ich noch eine Sache. Komm mal hier mal rein. Und wenn, kann ich jetzt auch. Ok. Laboratury denke ich mal rüber. Da könnte ich einige haben. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gekillt, wenn ich schonmal... Wenn ich schon mal Deckel bin. Da brauche ich immer ewig für. Hm. Kommt hier jemand her? Ansonsten Spezimen. Kommt nach Spezimen. Der lässt sich ein Kill mal sehr gut machen. 1, 2, 3, 4, 5. Fremd! Okay. Ähm, Platsch müsste noch sehr alt sein. Die sind so... Die sind super frisch eigentlich. Beide relativ gleich, glaube ich, auch gefallen, denke ich. Wo denn? Also Platsch liegt, ähm, über... Office, bei diesem Stein, bisschen links außen so. Also man sieht so gerade so seine Leiche noch. Und, glaube ich, keine Ahnung. Hast du gerade noch was gesehen? Leider nicht. Ich habe die Task oben gemacht rechts. Und dann, ähm, wollte ich nach links laufen. Aber ich habe gesehen, als ich die Task gemacht habe, dass Platsch nach links lief. Sie durfte ja nicht so alt sein. Mhm. Also ich kann Lissi Hard rausnehmen. Die kann keinen Mad Base Gun so gut faken. Aha. Und geht es hier darum, wer jetzt besser faken kann, oder was? Ja. Ne, aber dadurch weißt du ja schon, dass er gut ist. In dem Moment. Ja. Ich habe ja gedacht, ich nehme ja heute mal ein Base Cap auf meinen Kopf nach der Runde. Ja. Also Zeit ist vorhin Richtung, äh, Lifeline gelaufen. Wo gelaufen? Nein. Lifeline war ich nicht. Machst du nicht? Ich dachte ja nur, dass du in die Richtung gelaufen bist. Ja, wie gesagt, ich bin auch du gelaufen. Also Lifeline stehe ich jetzt. Also ich habe es noch nicht drücken können. Ich bin doch in Admin reingelaufen und nicht raus. Nein, ich bin mit Lissi aus Specimen glaube ich raus und ich bin nach Link weg. Das glaube ich dir nicht. Das ist nicht mein Problem, dass du mit mir glaubst. Ja, in meinen Dings, naja, whatever. Ich habe es anders gesehen. Hm. Also ich war unten in Specimen mit irgendjemandem. Ich kann mir das immer nicht merken, ich glaube Humphrey war das. Ja, mit mir. Und Humphrey ist rein, da war ich schon drin. Ja, und du raus. Du bist an die Ecke angehackt. Nö. Mhm. Ja, sie redet mal ein bisschen was. Das ist Skipfurt oder was? Äh, ich bin durch Office, da habe ich noch, äh, hier Platz mit, äh, ich weiß nicht mehr, wer da noch stand. Gesehen, bin dann rechts raus, bin durchs Labor und dann kam der Report. Wollt ihr mir einen Lally auf dem Basscap stehen? Weiß ich nicht. Nö. Seh uns aus. Wo liegen die Kills? Am Stein, links, irgendwo da. Ja, da liegt Platsch auf jeden Fall. Ents Mute. No one was ejected. So, na dann. Ich habe noch einen Specimen. Ich gehe direkt mal hin. Okay, das ist eine Wachungskamera. Sollte ich mich, wenn das leuchtet, soll ich da wahrscheinlich nichts machen. Ein, so, tja. Und zurück. Und im Office habe ich noch zwei. Zum Saten. und 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 ich weiß nicht schnipp verdammt den seltsamen umweg hier hoch ist mir doch bestimmt nicht aufliegen warum konnte ich gar nicht gehen jetzt brauche ich eine verdammt gute ausrede von dir warum du kamst ja gerade von links ins besten rein richtig ich bin oben im lab jetzt ja das habe ich nicht gefragt das beste mit rein durch das linke durch den linken eingang richtig ja genau da liegt nämlich jetzt eine leiche oder aber lag davor noch nicht natürlich eine valide ausrede es gibt hier guck mal auf die tasse ja ja noch jemand ja dank mir platz liegt am stein und das neun sekunden vom mieter ja dass du medium was das war schon klar da wenig elektricke also wir haben auch ein eraser über crew mieter und zehn mieter bin jetzt krummelt die wir verstanden dass wir den bästchen übrigens gegessen in dem moment wurde noch mal nachgefragt als wo die leichen lagen sehr gut wir wurden nicht verdächtigt ich bin auch irgendwie zu blöd zum killen heute ich bin heute irgendwie 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 und ein wenig spät nein was sollst kentel da kommt kentel verdammt verdammt was waren das kentel und dann das direkt als ob frisch aber ja ich bin als ob ich direkt das war das ist ja ja man da ich hab nicht den bett erwischt klar ist das kiel und dann du bist evil mini gewesen wahrscheinlich nein ist das geil ich würde es mir eine ganze zeit lang hinterher laufen ich bin jetzt fantastisch er ist krummelt weil ich habe seine rolle geklaut aber was war ich denn überhaupt das kann ich dir nicht sagen weil ich war dann krummelt als ich die lobby gestartet haben ja genau gut ausrede das ist das schlecht red weil dann kannst du erasen auch sein ich weiß dass du vielleicht zu kritikart warst weil du wurdest wahrscheinlich gelöscht die runde als ich deine rolle klonen wollte ich bin aber krummelt ja gut kann jeder wollen wir haben ja auch einen schwarzen ich habe dich geschifft ich habe gesehen wie redding gekillt hatten direkt danach kam zu von ja ich war lifeline aber es waren es waren alle drei schon tot und dann kam der report das heißt ich kann nicht sagen ob das jetzt noch länger aber das war mindestens eine sekunde maximal da habe ich nicht aufgesprungen ist und dann kam gleich schon der report macht was du meinst du hast und geh gleich durch das sollte doch derjenige locker schaffen ich hätte nichts mehr machen können auch wenn ich man da gewartet hätte oder der kill muss klar gewesen sein dass ich nicht der bett war weil du hast ein schild von mir der kill den ich gemacht habe leute der war einfach so mimwürdig das ist einfach ein camp kill ich habe dort einfach jemanden in camps gekillt wenn er raus marschiert bin an allen vorbeigelaufen und dann keji kurz dort und hat mich dann gekillt das auch mann das ist einfach so genial das ist stehen geblieben bist du wurdest steuert gemacht du wurdest als ich dich geschüftet habe und deswegen war ich beide als roommate ich war verdammt sneaky eraser keiner hat's gemerkt ja was keine kills gemacht ich hab's mir gedacht wir schauen das gar nicht mehr du kannst froh sein dass ich die erste runde nicht überlebt habe du wärst alleine wegen der weapons task aufgeflogen du bist nach mir dran und vor mir weg ich klicke da sehr schnell